Ich glaube, dass es interessanter ist, wenn man Sachen nicht ausspricht. Aber sie hat sozusagen. Es wird immer vorbeigeredet. Dieses Alleinsein in der Liebe oder allein auf der Welt sein und dass man das in der Liebe sucht und das nicht erreicht und dass man schlussendlich immer alleine ist. Und dass man Angst davor hat, das zu sein und da versucht man eine Beziehung zu führen, um sich im Anderen zu spiegeln. Und man ist immer enttäuscht, dass der Spiegel nicht genügt, dir nicht genügt. Also, dass es nicht alles ausgesprochen wird. Man müsste eigentlich verbieten, es alles auszusprechen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020